Milli Vanilli, rollst du durch, Topdeck, eher sperrig. Mein Name ist Notier Schweighöfer, ich spiele Frank Farhan in den neuen Filmen über Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Und viel Spaß weiterhin bei Musik Express. In deinen letzten Rollen in Oppenheimer und Die Schwimmerin hast du ja auch schon non-fiktive Rollen gespielt. Wie ist es für dich, was ist der Unterschied, wenn du in die Rolle einer existierenden, sogar noch lebenden Person schlüpfst? Ja, das ist natürlich die Aufregung immer ein bisschen größer, gerade weil man dieser Person natürlich ganz viel Respekt gegenüberbringen will. Und weil man sie, dass man sie nicht karikiert, dass das keine Persiflage ist, sondern dass es natürlich total, dass die Person, wenn sie den Film mal sieht, auch sagt, okay, ja, da sind auf jeden Fall, ich sehe da Teile von mir. Und der Idealfall wäre natürlich, wow, das bin ich. Aber, ja, das ist halt so der Unterschied, wenn man wirklich noch lebende Personen spielt, dass man halt größtmöglichen Respekt hat, die Leute sehr, sehr ernst zu nehmen. Hast du keine Angst, dass du Frank Farhan karikaturiert hast? Nee, eigentlich, ich glaube, dass Frank den Film schon gesehen hat und uns für gut befunden hat und damit, also, toi, toi, toi. Wir bleiben weiter bei deiner Rolle. Der Produzent Frank Farhan sehnt sich ja so sehr nach dem internationalen Durchbruch, auch nach seinem grandiosen Erfolg in Deutschland. Warum ist gerade die Anerkennung aus den Staaten für einen deutschen Künstler so wichtig? Weil, sozusagen, jedes Mal, wenn ich durch Los Angeles fahre und denke ich mir so, diese Stadt wurde gebaut wegen einer Industrie von einer Entertainment-Industrie. Und das finde ich halt total irre. Du weißt halt genauso, wie Fußballspieler sagen, wir müssen zu Manchester United und wir wollen in die Champions League. Die wollen sich nicht nur messen mit ihren deutschen Teams, sondern die wollen sich messen mit Real Madrid und mit Paris Saint-Germain und so. Und mit den internationalen Leuten, weil das ist das Meckern. Genauso ist es, glaube ich, die größte Entertainment-Industrie neben Bollywood ist Hollywood. Und das finde ich, also klar, du willst, dass die Schauspieler da drüben auch sagen, wo kommt der her, der kann irgendwie toll spielen oder was für eine coole Filmidee. Und deswegen ist es natürlich ein ganz tolles Ziel zu sagen, hey, das ist das Mecker der Entertainment-Branche. Wenn wir jetzt an deine andere Karriere mit der Musik denken, hast du da auch vor, dann international eben in die USA zu gehen oder zählt das bei dir nur für die Schauspielkunst und die Regie und die Filmkunst? Also ich habe mit der Musik eher so ein bisschen aufgehört im Moment, damit ich mich mehr auf Film konzentrieren kann, weil das gerade doch sehr viel Zeit und Raum einnimmt und ich gerne zu 100%ig da auch gute Arbeit abliefern will. Und deswegen gucke ich gerade bei Filmen eher nur so ein bisschen, bei Musik ein bisschen mehr so, wie kann ich das in den Film mit reinkriegen. Aber jetzt so richtig Musik und Alben machen ist bei mir gerade auf jeden Fall auf Pause. Warum, deiner Meinung nach, muss Girl, You Know It's True ein Biopic sein und kein Dokumentarfilm? Es gibt davon ja schon einen Dokumentarfilm und ich glaube, nochmal ins Kino zu gehen und zu sehen, okay, wie die ganze Geschichte wirklich als, also Geschichten erzählen. Es ist halt nicht dokumentarisch, sondern es ist halt richtig, es wird eine komplette Geschichte von vorne bis hinten erzählt. Und ich glaube, das ist nochmal was, wo man Leute zusammen auch nochmal anders ins Kino bekommt. Gemeinsam anschauen, gemeinsam mitfiebern, gemeinsam feiern. Vielleicht auch deswegen der Kinostart zum 21., also kurz vor Weihnachten. Ist das denn ein Weihnachtsfamilienfilm für dich? Also ich finde es total schön, weil die Leute haben viel Zeit, Animationsfilme, Märchen hat man dann schon bis dahin viel auch gesehen. Und dann ist es doch immer wieder mal schön, auch nachmittags sich die Familie zu nehmen und zu sagen, okay, was ist das eigentlich für eine Story? Okay, und über die kann man dann auch ein bisschen weiter diskutieren zu Hause und dann nochmal weiter reinhören, die Musik. Und dann kann das über Weihnachten, kann man nochmal die Leute, die Milly Vanilli nicht kennen, kann sich eigentlich toll damit beschäftigen und sagen, ey, Milly Vanilli, das ist ja eine irre Geschichte.